Der Entgleist doch gleich. Soll ich mich draufsetzen? Ja. Das wird nichts. Eine Kurve wie bei der wilden Maus hier. Ein Kehrwagen. Das ist eine Aufnahme. Die erste Fahrt in die Garage. Oh, 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 oh. Das ist ein Kehr an dem Gleis. Ja, Kopf anziehen. Ich glaube, es liegt. Fantastisch. Und jetzt heben sie drüber auf die andere Seite. Habt ihr gut gemacht. Wunderbar. Hier oben brennt noch eine Lampe. Ja, das soll so sein. Und eben hat Peter noch gesagt, der Radius wäre zu eng. Oh, das habe ich aber auch schlecht angehört. Habt ihr gut gemacht. Das sind für scharfe Kurven. Ja, habt ihr sehr schön gemacht. Ja, ist das eine Kurve, du. Oh, halb acht, du Leute. Was, halb acht? Halb acht. Was ist da gleich los? Ja, Schrombeeren. Ja, Flens trickt man hier. Klopp, klopp. Den haben wir noch gar nicht drauf gehabt hier. Huhu.